Überwinden Sie die drei größten Hindernisse Meditation verlangt Ihnen einiges ab Auf diesen Umstand sind wir im Grunde ja schon hinlänglich eingegangen Trotzdem habe ich das Gefühl, ich sollte Sie besser immer wieder darauf hinweisen weil Sie ansonsten enttäuscht sein könnten Doch nicht nur Ihnen fordert die Meditation einiges ab Das gleiche gilt für jede oder jeden von uns Deshalb bin ich im Rahmen des meditativen Gesamtprozesses so frühzeitig auf die Kultivierung von Sanftmut zu sprechen gekommen Denn dieser Aspekt schafft die Grundlage für alles Übrige, was wir kultivieren um auf dem Weg voranzukommen Gerade wenn wir in unserer Praxis auf Hindernisse stoßen die in den eigenen Gewohnheiten verankert sind bleibt Sanftmut von großer Bedeutung In einem traditionellen Kontext betrachtet gibt es drei große Hindernisse Faulheit übergroße Betriebsamkeit und Entmutigung Vermutlich haben Sie bereits begonnen regelmäßig zu meditieren und sind in der einen oder anderen Form mit diesen Hindernissen konfrontiert worden Oder vielleicht werden Sie sich morgens aufs Meditationskissen setzen und zum ersten Mal erleben, wie es ist auf derartige Hindernisse zu stoßen So oder so, die Hindernisse werden auftreten Darum sollten Sie mit Ihnen am besten gut bekannt sein und Sie sollten wissen, wie Sie sich überwinden lassen Faulheit Von der Meditationsperspektive aus betrachtet zeigt sich Faulheit häufig in einer Abneigung gegenüber der Praxis als solcher Oft in der Form, dass Sie sich einreden, sich das Praktizieren eigentlich sparen zu können Das kann beispielsweise folgendermaßen ablaufen Am Morgen wachen Sie auf und hören, wie die Regentropfen klopfend aufs Fensterbrett fallen Spüren die wohlige Wärme Ihrer Daunendecke und werfen einen geringschätzigen Blick auf das Meditationskissen da drüben in der Ecke des Raumes Denn auf dem Kissen da drüben ist es nicht annähernd so warm und gemütlich wie in Ihrem Bett Außerdem haben Sie sich nach eigener Einschätzung 20 Extraminutenschlaf redlich verdient Also rechnen Sie sich aus dass Sie Ihre Meditationspraxis heute besser einfach ausfallen lassen Das ist Faulheit Oder Sie begeben sich auf Ihren Meditationsplatz sitzen allerdings bloß verpeilt da und lassen die Gedanken sonst wohin driften Die Meditationstechnik bei der Sie die Aufmerksamkeit auf dem Atem ruhen lassen vergessen Sie Oder Sie machen zunächst von dieser Technik Gebrauch doch sobald Ihnen eine heiße Fantasie in den Sinn kommt finden Sie es leichter mit ihr herumzuspielen statt mit Ihrer Aufmerksamkeit ein weiteres Mal zum Atem zurückzukehren Manchmal, wenn Sie sich hinsetzen erleben Sie das Sitzen als angenehm Bei anderen Gelegenheiten geht es Ihnen vielleicht auf den Wecker sich an die Meditationsanweisung zu halten Jeder oder jede von uns macht solche Erfahrungen Ein wenig Abneigung zu empfinden oder faul zu sein ist demnach nichts Ungewöhnliches Darin drückt sich einfach unsere gewohnheitsmäßige Neigung aus uns Anforderungen entziehen zu wollen Fällt Ihnen der Weg aufs Meditationskissen mal besonders schwer sollten Sie einfach daran denken sachte mit sich umzugehen und Beurteilungen und Wertungen loszulassen und dann sich einen kleinen Tick mehr anzustrengen als Ihnen angenehm ist Beachten Sie, dass der erste Teil des Ratschlags sich auf jegliche Form von Autoaggression bezieht mit der Sie es zu tun bekommen Vielleicht spüren Sie die warme Behaglichkeit Ihres Betts lassen sich Rechtfertigungen dafür einfallen weshalb es in Ordnung ist heute nicht zu praktizieren und gleich darauf hassen Sie sich für diesen Gedanken Das ist der Moment in dem Sie daran denken sollten sich eine Pause zu gönnen und von weiterer Beurteilung abzusehen Der zweite Teil des Ratschlags besagt lassen Sie die Beine über die Bettkante baumeln und springen Sie dann aus dem Bett strengen Sie sich dieses kleine bisschen mehr an und lassen Sie Ihre Komfortzone ein Stück weit hinter sich Schnell werden Sie feststellen dass es Ihnen gut dabei geht Das Prinzip ist das gleiche wie wenn Sie sich im Fitnesscenter ein klein wenig mehr Gewicht draufpacken oder wenn Sie ein bisschen schneller oder weiter laufen als sonst Dieses Maß an Anstrengung dient dazu ein Stück weit über unsere Komfortzone hinaus zu gehen fühlt sich aber prima an sobald Sie sich darauf eingelassen haben und wenn Sie es zwar bis zum Meditationsplatz schaffen anschließend jedoch die Neigung verspüren in Ihren Gedanken die Praxisecke weit hinter sich zu lassen und ganz woanders hin abzuschweifen oder den Meditationsanweisungen keine Beachtung zu schenken dann gilt kehren Sie ein ums andere Mal zum Atem zurück Widmen Sie sich der Praxis mit Sorgfalt und Sie werden mehr Freude daran haben Übergroße Betriebsamkeit Unser zweites großes Hindernis übergroße Betriebsamkeit steht scheinbar im Gegensatz zu dem was wir normalerweise als Faulheit wahrnehmen Erstmals gehört habe ich diesen Ausdruck bei meinem Lehrer Sakyong Mifam Rinpoche Damit ist folgendes gemeint Sie sind sich sicher dass Sie auf jeden Fall meditieren wollen Nach dem Aufstehen am Morgen schauen Sie aber in Ihre E-Mails Dann wird Ihnen klar dass Sie für den Weg zur Arbeit bereits spät dran sind Also fahren Sie hastig zur Arbeit um dort pünktlich anzukommen und schwören dass Sie bei der Heimkehr meditieren werden Gerade als Sie im Begriff stehen Feierabend zu machen schickt Ihnen eine Freundin eine SMS und fragt Sie ob Sie mal bei ihr vorbeischauen und sich Ihre neue Wohnung anschauen möchten Sie sagen zu und nehmen sich fest vor gleich danach endlich zu meditieren Dann kommen Sie nach Hause und finden dass Sie nicht gerade Wohlgeruch verströmen Deshalb beschließen Sie unter die Dusche zu gehen Als nächstes ruft Ihr Vater an mit dem Sie eine ganze Weile nicht mehr gesprochen haben Also holen Sie das nach Anschließend sehen Sie ein weiteres Mal die E-Mails durch Mittlerweile ist es 22 Uhr und morgen müssen Sie früh raus Daher steigen Sie ins Bett und schalten den Fernseher an und Ihnen wird klar Heute haben Sie alles so eingerichtet dass Ihnen keine Zeit für Ihre 10 Minuten Meditation geblieben ist Am nächsten Morgen wachen Sie auf und obgleich Sie sich geschworen haben denselben Fehler kein zweites Mal zu begehen wiederholt sich der gleiche Zyklus Das ist ein prima Beispiel für übergroße Betriebsamkeit Echt die 10 Minuten Zeit fürs Meditieren haben Sie Jeder oder jede von uns kann 10 Minuten erübrigen Stattdessen verbringen Sie den ganzen Tag damit sich einzureden Sie hätten keine Zeit und räumen allem anderen eine höhere Priorität ein als der Meditationspraxis Tatsächlich würde es in Wahrheit weit weniger Zeit kosten sich einfach hinzusetzen und zu meditieren Sie könnten es sich sparen sich mit einem derartigen Energieaufwand immer wieder einzureden dies sei partout nicht machbar Übergroße Betriebsamkeit ist einer der Gründe weshalb ich Menschen dringend nahelege in ihrer Meditationspraxis frühzeitig Beständigkeit zu entwickeln Einen festen Platz zu haben an dem Sie meditieren gehen dient Ihnen als zusätzlicher Anstoß der Sie dazu bringen kann sich hinzusetzen Und so reden Sie sich nicht ein Ihnen fehle die Zeit Ihren Meditationsplatz herzurichten Wenn Sie eine Weile regelmäßig 10 Minuten lang meditieren und dabei zu Ihrem Rhythmus finden wird daraus allmählich eine neue Gewohnheit die Sie in Ihr Leben einbauen neben Ihren anderen Gewohnheiten wie Duschen und sich anziehen Entmutigung Entmutigung wird als das dritte Meditationshindernis angesehen Auf dem Weg der Meditation geht man immer nur Schritt für Schritt voran Deshalb kann es Wochen oder Monate dauern bis Sie feststellen dass Sie in höherem Maße präsent oder ruhiger sind Viele Menschen verlieren daraufhin den Mut Weil man nach einer Woche regelmäßiger Praxis nicht gleich mit sich im Reinen ist meint man entweder habe die Meditation keine richtige Wirkung oder man würde die Meditation nicht korrekt durchführen Einmal mehr gilt Sich darüber zu wundern heißt sich über etwas ganz Normales zu wundern Die Auswirkungen der Meditation sind subtil Und bis ihre Wirkung sich auch in Situationen zeigt in denen wir nicht auf dem Kissen sitzen braucht es Zeit Bis dahin müssen wir also daran arbeiten dieses Hindernis zu überwinden Gleich am Anfang des Buches sind wir darauf zu sprechen gekommen Für die Meditationspraxis brauchen wir eine starke Intention Sie ist unser wichtigstes Gegenmittel gegen Entmutigung Zuerst kommt es uns vielleicht darauf an dass wir nicht dauernd so viel Stress im Körper mit uns herumschleppen oder wir wollen lernen auf gesunde Weise mit Emotionen umzugehen Aber worin unsere Intention auch bestehen mag Diese schlichte Erinnerung an das Warum wird dafür sorgen dass wir den Hintern hochbekommen wenn wir entmutigt sind und auf dem Meditationssitz Platz nehmen Sollten Sie das erste Kapitel eher überflogen haben ermuntere ich Sie zu einer kontemplativen Betrachtung der Frage Warum meditiere ich? Falls Sie schon eine Weile meditieren könnte es hilfreich für Sie sein an diesem Punkt kurz in sich zu gehen und sich die Frage erneut zu stellen Vielleicht wollten Sie zunächst eine Praxis beginnen um weniger gestresst zu sein Aber nach und nach hat sich Ihre Perspektive gewandelt und Sie sehen die Meditation wirkt sich auf Ihr Leben insgesamt positiv aus Ihre Motivation könnte sich ebenfalls wandeln Und nun denken Sie ich will im Umgang mit anderen stärker präsent sein dann bin ich nämlich am glücklichsten oder ich möchte durch diese Praxis der Welt von Nutzen sein Der Zen-Meister Suzuki Roshi wurde mal gefragt Was ist Nirvana? Er gab eine sehr direkte Antwort die offenbar auch auf dieses spezielle Hindernis zutrifft Eine Sache zu Ende führen Rufen Sie sich, wenn Sie sich entmutigt fühlen also bitte in Erinnerung dass es alles in allem nicht so schwierig ist wach zu werden Sie brauchen lediglich eine Sache zu Ende zu führen Hier in dem Fall geht es bei der einen Sache eben darum eine Meditationspraxis zu entwickeln und sie aufrecht zu erhalten Faulheit, übergroße Betriebsamkeit und Entmutigung werden uns definitiv zu schaffen machen Alle drei sind Sammelbegriffe für tausende Hindernisse die auftreten könnten Tatsächlich ist es nicht weiter schlimm dass solche Hindernisse auftreten Denn durch sie stellt sich heraus was in unserer Praxis steckt Eine Meditation, die uns jederzeit leicht fällt und schön ist würde von einem Geist zeugen der bereits Frieden gefunden hat ein Wind Das war es dir ist nicht weiter